Aber schonen Sie doch das Volk, mein Führer. Ich habe Großes vorgehabt mit den Deutschen wie mit der Welt. Keiner hat mich begriffen. Nicht einmal meine ältesten Mitkämpfer. Was hätten wir für Möglichkeiten? Die Weltmacht lag zum Greifeln nahe. Zu spät. Das Einzige, was ich mir zugute halten kann, ist, dass ich die Juden mit offenem Visier bekämpft habe. Und dass ich den deutschen Lebensraum vom jüdischen Gift gesalbert habe. Es war mir leicht, davon zu gehen. Nur dieser eine Augenblick. Und dann ewiger Ruhe. Wenn mein eigenes Volk an dieser Prüfung zerbricht, könnte ich darüber noch keine Träne weinen. Das hätte nichts anderes verdient. Es würde sein eigenes Schicksal sein, dass er sich selbst so zu schreiben hat. Seit Monaten. Seit Monaten. und dem